Ich komme aus einer musikalischen Familie und bin einfach schon früh mit Musik in touch gekommen und hatte dann das Glück, als kleiner Junge mir das Instrument Schlagzeug auszusuchen. Für mich sind Drumsticks das, was Schlagzeug spielen eigentlich erst ausmacht. Das wichtigste Verbindungsglied einfach zwischen mir, meinem Körper und den Instrumenten, die ich spiele. Für mich muss ein guter Drumstick einiges mitbringen und einiges mitmachen vor allen Dingen. Für mich ist sehr wichtig, dass er einfach lange hält. Konstant ist einfach, dass ich einfach ein Paar greifen kann und weiß, das ist einfach ausgewogen, das ist gepitcht, da stimmt der Ton. Da weiß ich, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat vorher, wer das Holz auswählt. ProHema made in Germany macht für mich wirklich den Unterschied. So eine Art von Firma gibt es einfach in der ganzen Welt nicht nochmal und erst recht nicht im Musikinstrumentensektor. Viele Generationen haben immer wieder das Produkt verfeinert und man merkt wirklich bei allen Beteiligten, dass es einfach von Herzen gute Leute sind, die einfach Liebe zu ihrem Produkt haben. Da gibt es einen Mitarbeiter namens Daniel und wirklich jeder Stick, der die Firma verlässt, geht durch seine Hände und wird nochmal auf Gradheit geprüft, einfach ob der Stick wirklich astrein ist. Dieser Mitarbeiter ist seit 21 Jahren dabei und einfach allein solche Sachen geben einem wirklich ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe über die Jahre viele, viele verschiedene Hersteller gespielt und viele Sticks in den Händen gehabt und man sucht immer einfach so in der großen Welt nach Antworten, wenn eigentlich das beste Produkt wirklich direkt vor der Haustür ist.